Wir kräftigen wieder unsere Beine und diesmal speziell die Beinaußenseite und den Po. Das heißt, wenn bei einer Untersuchung rausgekommen ist, dass du vielleicht deine Beine ein bisschen mehr kräftigen sollst, um gut Muskulatur aufzubauen und stark durchs Leben zu laufen, dann ist die Übung Up&Down genau die richtige für dich. Komm dazu auf eine Matte oder auf den Boden oder gerne auf den Teppich. Leg dich geradeaus hin, dein Arm ist gestreckt oder du bringst den Kopf in die Hand, beide Beine lang gestreckt und dein ganzer Körper sitzt eine gerade Linie. Genau und jetzt versuch mal dein oberes Bein langsam nach oben zu heben, kurz halten und wieder absetzen. Langsam heben und absetzen. Wenn du merkst, da wird es ein bisschen wackelig, dann kannst du dein unteres Bein auch heranziehen und die Übung hier machen. Einfach heben und absenken. Genau. Heben und absenken. Das machen wir noch viermal mehr. Langsam hoch und tief. Und du spürst schon, wie dein Bein richtig arbeiten muss. Ein kleiner Zug im Po in der Beinaußenseite zu spüren ist. Komm, ein letztes Mal noch. Kurz oben halten und langsam lösen. Sehr gut. Dann wechselst du die Seite und insgesamt machst du zwei Runden. Das heißt, jede Seite kräftigen wir zweimal zu je acht Wiederholungen. Wenn du mehr als acht Wiederholungen schaffst, dann mach die Übung einfach so lange du möchtest und solange du kannst. Viel Spaß dabei.